so und level 23 ja irgendwie so verglichen mit freedom und so weiter sind die dark encounter level ist echt lang ist ja mal richtig komplexisiert gut klickfläche sache dass ich da kommt dann möchte ich kenne also die ersten 23 500 aber jetzt die ersten spätere levels die jetzt alle gerade spielen kenne ich alle nicht von daher würde ich das vielleicht auch erstmal krumm rum gucken ist ja auch schon wieder so eine riesen map 2 und 10 gegner natürlich wenig als davor ein ein gut was wollte ich sagen vorher treffen wurde keine ahnung hier ist gar nichts man warum der scheißpfosten hier ja ich weiß nicht in die hose gegangen irgendwann scheißpfosten und so ich habe eigentlich noch hier diese kackpfosten alter was da ja 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 Na komm Ach da, oh lol, Alter, in der Wand drin Genau gegen den Pfosten, das ist interessant So Was man die hier aber auch nicht sieht, ey, das ist ja schlimm Gut, haben wir jetzt hier soweit alles Ah, scheiße So, wir sind jetzt noch lang So, geradeaus haben wir auch schon aufgereiht Bzw. da war erst gar keiner Den gibt's noch hier Hehehe was das denn so sogar gucken wie geht es überhaupt also da unten ist es als kreis geantwortet allerdings scheinlich wenn ich da hingehe dann kann ich den kreis etwas besser abarbeiten kann ich einfach hier starten mich dann immer weiter hier durcharbeiten wenn ich hier anfangen würde hätte ich rechts und links was und was sind von vorne was halt also von der position aus der von hier aus gesehen ist es denn doch etwas überwichtig sagt er und stark was hast du hier doch mal ernsthaft jetzt alter ja kaffee aaaaaaah gott alter haben wir sollten alle besiegt gerne hat funktioniert soweit ja doch haben wir erst mal aufgeräumt sehr schön sehr schön gut die frage ist wie das hier weiter also ich habe mal den da nicht machen alter da geht es nicht rein bisschen die weiter ein guter nach unten hat das funktioniert bitte was alter ich habe das man kann diese scheiß gegen sich gezielt einsetzen war dieser scheiß manke ist ja auch noch da Ah, das ist ein Wachstatt, das ist ein Wachstatt. Das ist okay. Wow! Alter! Ich glaube, dass du im Endgebiss bist, mag es doch. Aber Harry ist nicht auf seine Gegnerzeit gleich, dass ich konzentrieren kann, das funktioniert nicht. Jawoll! Oh mein Gott! Okay. Ach, hier können wir lang. Ich bin hier gerne hoch, ich bin zu der Hut. Boah, bin ich gefangen? Ja, ich bin gefangen. Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Was? Wie ist denn hier? Ach, hier ist von der, hier ist noch eine Stufe. Na gut, dann wird auch natürlich nichts. Bullshit. Hier ist ne Treppe, ich hab zu MNC-Leporter gehofft, aber ne Treppe geht doch jetzt tatsächlich auf. Geht auch nicht. Geht auch nicht. So, jetzt war das auch erklärt. Geht auch nicht. 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 Okay, also das hier und das hat den Sieg jetzt. Danke für die Bescheherung. Gut, also hier gibt's mehr erstmal nicht. Dann muss ich also doch wieder zurück, okay. Ich habe Angst. Oh ja! Boah, Alter, es ist dunkel drinnen. Wow! Okay, ich muss gerade aus. Okay. 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 Gut, dann gehen wir nochmal, also wir haben das hier schon gespeichert. Okay. 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 Oh, jetzt seid ihr noch der gleiche Ort. Also hier auch nicht. Blaue Karte. So sollte die überall sein. Oh, na komm jetzt. Nope. Auch nicht. Da ist noch eine Geheimtür. Auch nicht. Wie hat uns das verpasst? Oh, nein. Was sind wir hier für uns? noch mal hier rauf rot haben wir okay gut rot auf rot ist natürlich nicht so gut zu erkennen als gewicht zu rotet hier wo ist eine rote tue wir haben keine rote tue gefunden aber das ist ganz klein mit diesem kleinen fix oder dann wird auch den zeige mit der maus ja da so ungefähr da ist das jetzt sieht man es jetzt noch ein paar jahre jetzt mal die kohle kann ganz großjahr und mein gott ist das was rote gut das dürfte ein schalter sein denke ich mal ganz kurz denke ich mal ganz kurz klar die frage zu kommen ach so da 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 ach der schalt ist ja wirklich ganz klein er ist ja bloß gezielt wird mal ich wollte weiter damit du arsch kann nacken drecks was rotes sagt er was rotes will er haben ok was blau ist was blau ist nee ich kann was rotes öffnen also diesen komplex in der mittige fräulein ziehe eingang und der braucht eine blaue karte alles andere ist bereits erforscht gut dann gehen wir einfach mal dahin und gucken mal ob wir etwas gesehen haben ja wir haben das ja sowieso nichts anderes geprüft als die gesamte wettbewerbe abzulaufen ja gesamte wettbewerbe ablaufen das ist auch keine karte Achso, hier habe ich ja begonnen. Hier war ja the beginning. Ist das dämlich, also wo müssen wir denn jetzt hin? Warum können das einfach alle Sachen Sinn machen? Scheiße. Ich hätte das blöd gut. Also vom Story-System her wäre es sinnvoll, wenn man erst in etwas gelbes... Das machte sowieso alles keinen Sinn. Warum ist da eine gelbe Tür, wenn man sowieso von beiden Seiten rankommt? Das ist gut. Aber aktiviere ich halt einfach ein Sheet, wo mir alles zeigt wird, wo welcher Schlüssel ist. Ich meine, wir haben sowieso schon die gesamte Map, heißt also... Viel mehr dazu bekommen tun wir nicht, von daher ist die Map auch nicht so groß. Ah komm, fack auf. I, d, d, t... Und I, d, d, t... So. Key. Wir suchen einen blauen Schlüssel. Dieser wird jedoch nicht angezeigt. Automap. Showcase. Die Map ist aktiv. Ich bin verwirrt. 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 Was will mir das Spiel jetzt damit sagen? In der Einwärm können wir die Monster nicht angreifen, solange wir es von Skull aufgesammelt haben. Bei der Map finden wir uns Skull nicht. Das kann nicht euer Ernst sein, die sind jetzt nicht mehr in der Straße, äh, in der Karte verzeichnet. So, damit man wirklich alles aktiviert, was man aktiviert kann. Keine Chance, es ist nicht existent. Ich hab keine Ahnung, was die Griffe von uns möchte. Ja, gut. 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 ich meine es ja schön wir müssen länger gehen aber nicht von so einem grund jetzt ein bisschen bullshit so ich habe keine ahnung wo er ist also erstmals kult und kacken und sie wird uns gut gestimmt ach so heute stabe Boah, Alter, jetzt ist es immer mal gut hier. Boah, Alter, jetzt ist es immer gut hier. Ich bin jetzt hier. Ach, da ist das Gitter zugegangen. Belepp mich doch mal. Boah, alter Leute. Was war das denn jetzt gerade? Wie habe ich mich jetzt gerade gewohnt? War da so eine Light, die man übertreten musste oder was? Was war das? 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 Was war das?